Und jetzt gehen wir mal zur Care und putzen mal unser Pferd. Ach, schau, das Pferd kann schon wieder was fressen. Ja, genau, das war vorher Zucker, also Zucker. Das Pferd hat ganz schön Kohldampf, das Pferd. Ist ja unglaublich. Jetzt habt ihr es gesehen, die Zuneigung ist gestiegen um eins. Ich habe bald den ersten Schritt erreicht. Dann machen wir mal den Schweif sauber. Das macht sie jetzt von alleine. Das steigert die Schönheit und die Zuneigung. Sehen wir gleich. Hier, Zuneigung um eins, Schönheit plus 136. Dann die Mähne wird auch von ihr alleine geputzt. So ein schönes Pferd. Hat zwar eine komisch grünliche, schwarz-grünliche Farbe, aber hey. Okay. Genau, jetzt sind wir schon drüber. Habe ich jetzt da schon den ersten Stern? Ne, da leuchtet noch kein Stern. Ihr seht ja, wenn man die Dinge erreicht, dann blinkt der Stern. Das sind also alles Sterne, die dann auftauchen. Und das ist jetzt zum Beispiel was, das könnt ihr selber machen. Unten rechts seht ihr die Leiste, wie weit wir sind. Das ist ein bisschen unlogisch, ein Pferd mit einem Tuch zu putzen. Jeder, der ja schon mal ein Pferd geputzt hat, weiß das. Aber es ist ein gutes Mittel zum Zweck, würde ich mal behaupten. Und hier ist wieder die Schönheit gestiegen. Und die Zuneigung, glaube ich, auch. So, dann kommen wir mal zu Play. Wir haben ja ein Pferd, das sehr spielbegeistert ist. Und ihr müsst jetzt da reintreffen. Ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen. Ich habe es schon mal geschafft, aber mal gucken. Oh, das war sehr schlecht. Ist aber egal. Auch ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel. Die Zuneigung ist wieder gestiegen. Das ist das andere Spiel. Da muss man hier reintreffen. Habe ich jetzt leider auch nicht geschafft. Ich habe das noch nicht... Das ist nicht mal Critical, so ein Scheiß. Gut, vielleicht zeige ich es euch irgendwann mal. Und da ist zum Beispiel wieder das für die Muskelzerrung. Das wäre auch soweit alles zur Pflege des Pferdes. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Die Quests gehen ja leider immer noch nicht. Leider, leider. Wird aber auch noch... Bonus geht zum Beispiel auch nicht. Wenn du draufklickst, dann hängt sich das Spiel auf. Auch bei Nachrichten. Jetzt hat sich zum Beispiel mein Spiel aufgehängt und ich kann nichts mehr drücken. Ja, aber damit... Ähm... Da müsst ihr halt immer aufpassen. Bei manchen Sachen, da kann man dann nichts mehr im Spiel betätigen. Und dann muss man das Spiel ausschalten, wieder einschalten. Das heißt, ich verliere jetzt mein schönes Pferd. Oh, nein! Ähm... Oh, der Blue galoppiert da hinten. Oder die Blue, nennen wir sie mal die Blue, weil ich habe ja meinen Baldur noch. Und ich muss ja männlich und weiblich oder so. Das gibt es übrigens, glaube ich, noch nicht, männlich und weiblich. Aber wir werden es sehen. Ähm... Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Part gefallen. Was heißt, kleine war ziemlich lang. Ich hoffe mal, das war nicht zu umständlich erklärt. Und das nächste Mal geht es weiter mit Rennen und wie das Ganze funktioniert. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, abonniert. Und tschüssi! Und dann geht's euch.